Hallo und herzlich willkommen bei der BKK Hochrhein-Wiesenthal. Leider rufen Sie außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Diese sind von Montag bis Freitag durchgehend von 8 bis 17 Uhr. Bitte nennen Sie nach dem Signalton Ihren Namen, den Grund Ihres Anrufs und Ihre Telefonnummer. Wir rufen Sie dann umgehend zurück. Vielen Dank für Ihren Anruf.